Ende. Hallihallo und herzlich willkommen. Der neuen Partner TTT auf Star Trek Map. Mit mir spielt der Coke. Hallüchen. Der Reaper. Hallo. Hallo. Ich hör Wäldchen. Ich hör Wäldchen fliegen. I have balls of steel. Boah, kennt ihr Quarkwäldchen? Ja. Richtig geil. Richtig. Alter, und die Frame Rate bei mir ist extrem arsch. Auch bei mir gehts einigermaßen. Ich lade nebenbei noch Sachen runter. Also ich hab schöne... Deswegen häng ich so ein bisschen. Ich stehe an die 16. Vor mir ist hat jemand jemanden umgebracht. Coke ist es. Na toll. Das könnt ihr doch nie machen während ich shop. Coke ist tot. Gut gemacht. Ich hab die Furzkanone. Doom. Er hat Nana umgebracht. Benkert fern. Nein, Reaper nicht. Ich weiß ja nur, dass du mich... Die Kugeln gingen aber in Bullet Timer vorbei. Wieso ist er jetzt tot? Wer ist jetzt wo tot? Anwar? Ja, Navi. Verdammt. Was? Zweite Schuss hätte sitzen müssen. Boom. Abgeprallt. Oh, ich hätte direkt mit der Melan Gun losfließen sollen. Ha, hat sie eher regelt? Ja, ja, na ja. Sag mal, hat hier jemand eine Universe Sandbox an oder was ist sie ja auf diesem Bildschirm? Universe Sandbox. Auf welchem, auf welchem Bildschirm, Wander? Der, wo Flory steht. Bitte, Flory. Ich weiß nicht, hier im Raum, in der Raumstation. Ja, die Raumstation ist ja auch so super klein. Äh, welchem Bildschirm meinst du? Den hier, der einzige große Bildschirm, wo was drauf ist. Den hier. Ich würd sagen, das ist das Abbild der Milchstraße, oder? Das ist Universe Sandbox. Dann mein ich ja, ne? Wo steht denn Flory? Nee, ich glaub, Flory ist da nicht mehr. Ich bin hinter dir. Äh. Wo standest du? Ja, hier, das meint er. Da, das, da. Ich bin bei Flory und ich bin hier. Was? Wo bist du? Wo bist du, Alter? Ich bin bei Flory grad gewesen. Ja, wo ist Flory? Ich bin immer noch, ich bin immer noch im Raum. Das da! Da, wo PartyHard draufsteht. Ich bin jetzt beim Rete. Wer ist auf die Seite? Äh. Äh, ich. Du bist grad alle gelaufen hinter dir. Ähm. Meine bescheidene Schalte, Leute. Let's Place auf dem Klo auf. Ähm. Was denkt ihr eigentlich zu einem Reboot von Knight Rider? In welcher Hinsicht? Ähm. Mit David Hasselhoff. Ja, soweit so klar. Aber in welcher Hinsicht? Von wem? Von was? Ähm. Es soll eine... Von der Serie? Ja, ja. Von der Serie. Mit David Hasselhoff. Äh. Reeper. Äh. Flory? Das war eine Smoke. Also, durch das letzte Weep bedingt... Ähm. Nee. Da wurde jemand erschossen. Reeper. Reeper. Echt? Reeper? Reeper ist tot. Reeper ist tot. Pass auf. Okay. Coke. So nicht. So nicht. Da hab ich's so gut vorbereitet. So dumm. Ah. Wo kam das Ding eigentlich runter? Der Bassbeam bei euch irgendwo. Ich hatte Coke zuerst geschrieben weg, weil er mitten drinnen von euch stand. Aber dann wart ihr irgendwie so aufgeteilt, dass ich ihn nicht mehr einsetzen konnte. Ah. Ah, wie die die schöne alte Diegel mit dem alten Sound. I am so huge. Ja, ja. Ich hab die einen neuen rausgeschmissen. Sehr gut. Gute Entscheidung, Reaper. Warte mal, geht die Glock dann auch wieder? Ja, die Glock geht dann auch wieder. Ich bin äußerst zufrieden. Oh, geht. Mamo's Traitor, sie hat die Cromer. Ja. Traitor confirmed. IGN 10 vor 10, ne? Alles klar. Ich. Hallo, Salva. Ähm. Fluri, komm mal bitte nach oben. Ähm. Ähm. Lass mich doch durch. Lass mich doch durch. Lass mich doch durch. Ja, Fluri, her komm. Äh, ja. Ja, ich... Ich kenn mich mit der Map nicht aus, sorry. Oben in dem Raum, wo Dingens auch ist. Hallo, Salva. Hallo. Genau, wo der Spiegel ist. Hä? Was? Spiegel? Lest ihr den Spiegel manchmal? Nein. Selten. Ach, wir haben zwei Spiegel. Ach so, da, hier den. Ja. Boah, das sieht so falsch aus. Das sieht so aus, als wäre das ein richtig voller Server. Aber wir sind eigentlich total wenig Leute. Hey, danke. Und du gehst jetzt auf, ähm, Reaper. Moment. Was? WTF? Hier ist einfach jemand rumgekippt. Golden Diesel. Ach so. Oh. Das war's. Oh, wow. Wander! Nein. Hab ihn. Und? Irgendwo raus. Au, 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 au. Alter, was? Alter, 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 alter. Ja, das kam aus deiner Richtung. Also. Ah! Ah! Nein! 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 Ach ja. Ach, man, hattest du auch einen Raketenwerfer? Ja! Kann es vielleicht sein, dass, äh, auf den Feldern nur von Traitern oder, äh, Detis benutzt werden können? Welche Felder? Welche Felder? Ja, oben zum Beispiel die Sniper und so. Oder diese, diese, äh, dieses Leben-Dingens da. Nein, nein, das Leben-Dingens da. Nein, nein, das Leben-Dingens da. Ist kein Adel. Aber vielleicht kann ja nur die, ähm, die Sniper oben. Nee, ich glaube nicht. Hä? Diese Map ist eigentlich nicht für TTT geeignet. Dass hier Waffen drauf sind, kommt von uns. Ich glaube, das sind auch nur Deko-Waffen. Dachte ich auch. Ich mein, Cyber, Cyber, geh mal auf diese Waffen, du bist ja gerade T. Na, wo steht einfach nur alleine in der Ecke rum? Ja. Ripper? Ich bin ein Eckenkind. Sie act in, äh, ja genau, sie act in der Penne. Wollte ich gerade sagen. Ah, jemand hat die Kamera platziert. Ja, ich, ich kann die nicht nach oben bewegen. Das hier ist ein Fotostudio. Wow. Ich hab's hier rausgeschossen. Immer hübsch alles kaputt machen. Ich hab jetzt schon wieder. Fensterscheiben. Was sollen die Fenster? Entfallzeit. Super. Freizeit. Das ist Staatseigentum. Die Kameras. Ah, 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 ah. Okay. Wann war erledigt? Das geht, äh, nicht hier rum. Nein. Ich hab die Kamera! Dort, lass weiter machen! Auf mich! Ja, das ist perfekte Kameraposition überhaupt. Ich hab ihn nicht, dass du vieles hierlein gebitten. Nicht ganz. Irgendwas unsichtbarer, Alter? Hände am Spiegel. Wow, Cyber. Wow! Ey, ich guck nach links. Von da kommt die Schüsse. Und sie ist aber rechts von mir. Die kam von rechts, aber passt schon. Und ich sag auch noch auf mich, weh? Und danach nix mehr, weißt du? Und dann... Ja, da hör ich den nicht zu. Bin ich alleine? Äh, what the fuck? Ich hör die einfach nicht zu. Ähm... Coke, schau mal nach oben. Da ist ne Decke. Nein, ein Hexenstern. Pentagramme? Ein Pentagramme? Ja, wenn man zu... Ist das ein Pentagramm? Wirklich? Ich wusste schon immer, dass es die Föderationssatanisten sind. Flory, wann war? Schaut mal nach oben. Das sieht aus wie ein Pentagramm, oder nicht? Das ist ein Pentagramm. Das ist ein Pentagramm. Nein, nein, nein. Aber da fehlt der Kreis aus. Wisst ihr was das ist? Warte. Ich bin nicht am shoppen. Okay, komm wieder. Gleich zu uns wieder. Wähl die Illuminaten jetzt. Oh, du willst eine Call? Warte. Oh, spannend. Guck mal. Das sind insgesamt sogar fünf Dreiecke. Wo sind die auch diese Scheiß-Dreiecks-Teile, Alter? Guck auf, an die Decke. Und es können aber auch zwei Treppe-Dekse sein. Oh, irgendwer da ein Melonengelb! Nana! Nana ist es Nana. Ich glaube ich habe sie nicht geschossen. Vorsicht, der könnte explodieren? Jetzt ist die Frage, wer hat ihn erschossen? Wer könnte explodieren? Ich hab mit drauf geschossen gerade noch. Ja, Dete kannst du gerade zufällig einen DNA-Scan machen, wer den getötet hat. Zwecks confirming. Wer war das gerade? Coke, Coke, Coke. Äh, nö. Dann ist Coke frei zum Abschluss. Nö! Hey! Er ist links, er ist links! Glaube ich. Wo ist er denn? What? Alter! Hör doch mal auf! Wenn alle auf mich schießen, kann ich mit dem Ding keinen töten! Alter! Du kannst dich alle in 10 Sekunden tatsch, bitteschön! Oh Gott, ey! Oh Gott, ey! Das ist so gut! Sehr gut! Bye-bye-au! Fällt man da in einem Weltraum? Ne. Ne Glasscheibe dazwischen. Aber man ganz im Ernst kann hier machen, was man will! Wir sind immer sehr aufmerksam, leider. Also die Map ist zwar schön und gut, aber ich finde sie ist nicht zu klein! Ach, finde ich nicht! Nö! Die ist so klein! Die ist hier perfekt! Wir sind ja grad mal 7, Leute! Ja! Ja, ich finde, die könnte ein Stück größer sein! Ihr seid immer so alle auf einem Haufen! Da kann man nicht so schön so Niki-Tiki-Attacken machen! Oh! Entschuldigung! Mahlzeit! Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich was vor singen, aber... Ja! Jetzt wissen wir, wie du singst! Gleich ne Gesang, das kürzt die Säule nicht! Mahlzeit! Ehm! Cyberworts war shoppen! Ich war aber auch nicht shoppen! Ich sag 80% Cyberworts Traitor! 80%?! Ja! Cyberworts ist es! Cyberworts ist es! Cyberworts ist es! Der hat ne Taube! Vorsicht, Leute! Der hat ne Taube! Ach, du heilige Maria! Lass uns woanders hingehen, wann weißt du? Voll ehrlich. Hier sind wir sicher. Das ist unfassbar. Und wir in der Taube, also der Raketenwerfer ist leer, aber ich hab ne Taube. Achso, wir sind von der Taube sicher jetzt. WTF, ich glaub ich höre irgendwo ne Bombe. Ne, dieses Piepen kommt hier die ganze Zeit schon. Kommt glaub ich von den Computern. Ja, das sind die Computer. Ich dachte, ich hab das keine Bombe hier. Hat er den Fade mehr? Ne, das gibt's noch. Der Fade sieht nur anders aus, der hat jetzt ein Symbol. Und war, und war was drin? Ne, war nichts drin. Da ist ein Wanderer. Echt? Wir fahren Schüsse, beim Detektiv glaube ich. Komm, komm, ballert rum, aber der ballert nur auf den Raketenwerfer. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir uns in dieser Station extrem schnell drehen müssen? Denn wir halten unsere Bahn mit dem Planeten stabil. Das heißt, wir müssen mindestens so schnell wie dieser Planet sein. Und das ist ne Menge. Oh, das wär jetzt so. Oh, einmal da rein so. Ding! Wie sieht denn jetzt denn... Also ich tippe darauf, dass es Reaper ist. Ich habe einen Traitor getötet! Ah ja, stimmt. Ja, da war ja was. Maybe, maybe. Nana, schalte lieber deinen Kopf ein. Okay, dann äh, 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 favorisiere ich, äh, Coke. Warum ich? Und wie? Guck mal, der Name, ne? Ja, ich glaub eher Naro ist es. Die kommt hier so, ich befache hier die Leiche von Cyber und Naro kommt wieder um die Ecke. Woher soll ich denn wissen, wo die Leiche immer ist, hä? Es ist die einzige Leiche, die hier rumliegt. Ich renne hier verwirrt im Kreis. Bitte, darf ich schießen? Da komm ich auch ab und zu mal zweimal in irgendwelche Richtungen. Nein, Reaper, du darfst nicht auf mich schießen! Hui! Reaper? Da schießt jemand. Was denn? Äh, Nana war... Ja, macht's immer. Wie kommst du ins Video also? Ich verfolg dich nur aus Sicherheit. Äh, Verwahrung. Wenn ich tot bin, war es Nana. Es ist der Typ hier, den ich hier im Spiegel sehe. Wann war beschützt mich? Oh, darf ich sagen. Wenn ich tot bin, ist es Nana. Ich kann's nicht aufheben. Kann's behalten. Äh, Nana, sauber dich hinter dir. Äh, ich hab'n Bild. Ne, jetzt bin ich vor ihr. Oh, seh'n raus da! Ich schmeiß' das Ding ja jetzt rein! Wumpe! Äh, was hast du da in der Hand? Einfach alle Dinos opfern. Sieh'n jetzt mit Familienbildern. Irgendwie mal trifft das schon. Ja, genau. Wow! Turtles! 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 Okay, Turtles, die kann Nana nicht gesetzt haben. Ey, was schießt auf mich? Weil du ne Taube hast! Ja, ich hab'n Traitor getötet! Wie oft denn noch? Wow! 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 Es ist Navo! Navo hat nen Deathwinger. Wo ist die denn? Äh, Navo war grad beim Computer. Wow! Ah! Hätten wir uns eigentlich schon denken können bei den Turtles. Navo steht bei dem, äh, Heilungsding... Geh' doch mal zur Seite! Ich hab'n nur so ne Kackwaffe! Taubestown! Äh, Fall! Turtles down! Das ist das hier, das ist Coke! Aua! Hallo! Hallo Detective! Detective, geh'n dich heilen! Ich hab'n... Ich hab'n... Äh... Na, was da unten? Gar nicht wahr! Schon wieder Deathwinger! War ich nicht! Detective, die Heilung ist wieder da! Was ist das? Ja, wo ist sie? Da, wo ist sie? Na, wo? Schon wieder in Deathwinger! Hab's sie grad eben da abgeschossen! Was, 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 was? Wow! Nein! Scheiße! Ja! Sie stand mir! Sie stand mir! Sie stand mir! Wow! Warum? Alter! Du wirfst einfach die Taube und tötest alles! Warum? Warum wählst? Ich, ich kauf mir den, den scheiß Raketenwerfer und der wählt den Automaten! Jaja, das habe ich auch schon festgestellt, das war auch der Raketenwerfer. Nö, das merkt niemand. Das sieht keiner. Ich finde, Weeper kriegt auf jeden Fall den Oscar für die beste Nebenrolle als Nebentrater. Ja, ich hatte versucht, das zu erledigen. Ja, das haben wir gesehen. Da stand ich auch. Weeper, wenn du mit Explosivstoffen in Hand hast, ne? Ja, ich wollte sie gleich wieder nehmen. Hör mal zu. Da musst du schon freies Schussfeld haben, wenn du eine Täter mit Dumpen trainiert hast. Hallo, Schlossi war hinter mir. Das nennt man nicht sterben dürfen. Das nennt man Kollateralschäden dann. Mit was ist die Taube eigentlich gefüllt? Mit C4, oder? Die ist gut gefüllt. Mit irgendwas Explosiv. Wohlgenärmte. Das ist eigentlich gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass sie mit TNT geht. Oder wurde sie mit, äh, exklusiven Traitern gefüttert. Sie ist mit Ammonium Perchlorat gefüllt. Wahrscheinlich ist es gar keine echte Taube, sondern nur eine Attrappe. Ein Pferd, geht einfach hier so rum. Das ist ein Pferd-Geschaltes Flugzeug in der Wirklichkeit. Ach, mich klar. Das könntest du auch sagen. Ich glaube, dass es Vanva ist. Weil? Dein Arschbackel zu sehr. Jemand hat hier getrunken können. Du sagst du das? Vanva, dein Arschbackel zu sehr. Ach so, das liegt am Zwirken. Ja passt schon. Na, na. Du weißt, in Wirklichkeit bin ich eigentlich Miley Cyrus. Oh Gott. Bitte erschießt ihn einer. Darf ich? Darf ich den Befehl? Okay. Du weißt, es gibt Rache, ne? Nein, wieso war ein Dete-Befehl? Das war ein Dete-Befehl, der eigentlich nicht ganz zu nehmen war. Ich bin schon da, ja. Dete-Call funktioniert nicht wirklich. Also bei mir hat es vorhin funktioniert, aber es sind keine Credits drin. Also wenn irgendeiner von euch dran war, ne? Dann ticke ich auf Cyber. Warum auf mich? Ich werde bei deinen eigenen Tee-Kollegen mit Haufen ballern. Ja, ne, ist klar. Warte, ich smoke dich ein. Jo, smoke in every day. Warte, warte. Warte, warte. Ich war mit der Teelleiche weg. Wo denn? Wer denn? Was denn? Das war nur ich wahrscheinlich, weil ich die Disco gesehen habe. Ne, Teelleiche. Teelleiche weggelaufen. Wieso? Die liegt so hier. Du bist einmal in den Kreis gelaufen, Nana. Du bist so wild. Ja, Alter. Flori, warum kam aus deiner Waffe gerade ein Mündungsfeuer? Äh, nein. Es kam kein Mündungsfeuer. Meine Waffe ist voll. Hast du geshoppt? Nein. Komm her. Bleib stehen. Nein. Lass mich dich angucken. Ja, dann guck mich ein. Wenn, wenn ich sterbe, ist es Nana. Bleibt alle hier, also. Du kannst mich ruhig schlagen, falls du denkst, ich hab nen Dead Ringer. Okay. Nein, er ist safe. Wow. Das war nur der Dete. So. Wenn du mich jetzt haust, ne? Dann schieße ich auf dich. Er hat Schaden an Flori gemacht, also hat der YouTube-Schaden an Nana gemacht. Ja, ja, warte doch, ja. Dann sag doch, wenn er dich anschlägt... Leute, ich hör hier was piepsen. Ich hör hier was piepsen. Ich hör hier was piepsen. Das piepst hier oben die ganze Zeit, das sind die Computer-Terminals hier. Okay. Eskaliert da grad einer? Nein. Nee, ich schieße hier auf die Computer. Wir schießen hier auf die Computer. Wir schießen hier auf die Computer. Wir schießen hier auf die Computer. Wie? Wie? Was? Das war C4, was gepieptet. Ich hab das gerade in Jeffen aufgehoben. Wo denn? Was? Schmeiß mal hin. Das ist da hin. Schau, komm her. Komm her. Das war hier. Hier hinten, da war das. Ja, und wo war das? Oh! Die einzige, die nicht da ist, ist Navo. Ja. Es war hier genau hinten die richtige kleinen Wandflieger. Ich tippe mal Coco, da na wo es ist. Also irgendeiner hat es sich gerade glaube ich aufgesammelt. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, droppen. Gibt's denn Dete? Na? Im Ernst? Ich war es nicht. Ich steh hinter dir. Ich hab nix damit zu tun. So nicht, Ko. What the fuck? Ich wollte gerade sagen, ich bin confirmed, im Unentwischen bin ich da schon tot. Ja und ich hatte einen PHDiamant vor der Runde gesoffen, von daher übertauben hatte ich mir keine Gedanken. Ja, aber... Alter! Da dachte ich mir, warum kaufst du dir ein Stamina ab, das ist doch unnütz eigentlich. Ja, ich hab's aber nur gesagt, um sowas zu provozieren halt. Naja, war schon. Aber ich dachte mir gerade, da pieft doch kein Nobita-Bildschirm so richtig laut. Kaug wirklich? Guckst du auf den Boden und denkst mir so, hm, C4? Kaug, bist du dir ganz sicher, dass du gerade gesagt hast, hier piept etwas, nachdem du das C4 gelegt hast? Alter, das ist ja jetzt also... NICHT! Ey, ich wollte dich haben, Dieter! So. Alter, du schießt jetzt mal auf mich! Nein, ich hab mich auf dich gekrassen, du Vogel! Ich hab hier und selbst geglaubt, das kam aus deiner Waffe! Nein, das kam aus meiner Waffe! Hallo, Wanda, schießt ihr auf alle? Kann immer einer töten? Nein, ich habe auf zwei Leute geschossen. Auf Reaper! Und auf Cyber! Ihr wisst den Grund! Ja! Der ist rund umlaufen! Äh! Achso, ja! Ihr verliert... Okay! Prima, heil gehen! Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob Wanda wirklich angefangen hat. Ja, das war Wanda. Für mich sah es aber eher so aus, als hätte Reaper angefangen. Ähm! Ich hab auf Wanda geschossen. Da ist jemand hier in Schatten gewesen gerade, glaube ich, oder? Ich hab nur drauf, dass die Heilung kommt! Nana! Ich möchte bitte die Hand heilen! Danke! Da ist... B! Stell dich drauf, dann geht's am schnellsten! Okay! Ist voll! Das ist ein Defibrillator! Nana! Nein! Aber... Ich hab eine Mellonmine gelegen! Coke? Ja, ich will Spaß mit Wanda haben! Coke? Ja, lass... Lass die Leiche liegen! Das ist doch wahnsinnig! Ich hab, glaube ich, eine Mellonmine gehört! Wo? Hier! Dann kann er sich selber sehen! Ich glaube auch nur, dass ich... What? Und einen Rennen-Schaden! Von Cyber? Nein! Oder... Warte... Gott, wer ist das da vor mir gewesen? Wer hat's denn abgekriegt? Ich hab's abgekriegt! Warte, Leute! Direkt auf den Date! Könnte auch... Nein! Trifft ihr mit den Richtigen? Oder wie war das? Ich... äh... tippe... Flori? Oder... Also ich kann... Das können alle sein! Das geht über die ganze Map! Ja, aber das Geräusch kam... Das Geräusch kam... Das Geräusch kam direkt von der Nähe! Alle... Nein! Alle haben dieses Geräusch! Achso! Ja, aber... Je näher es dran ist, desto lauter ist es! Nein! Reaper ist es! Reaper ein Deadwinger! Ne, Reaper ist doch! Er ist... Der ist ein Deadwinger! Äh... Nabo, hilf mir bitte! Ja, ja... Ich versuch! Der ist auf der anderen Seite der Map! Unten ist er! Er hat ein Leben aufgesammelt! Er ist tot! Pass auf, der explodiert vielleicht! Ja! Ey, Cyber hat mich angezündet! Nein! Was? Der Teufel! Reaper, du stirbst! Auf dem Weg zur Heilung, korrekt! Ich sag's nicht ohne Grund! Reaper stirbt gleich! Aber... Aber... Na wo... Na wo du warst gar gegrillt! Ah... Ja... Ja... Ich glaube auch... Your killer have shared your fate! Nein, ich bin einfach heiß! Das war das Problem! Ja, das war's! Ja! Ich überleg mir, was sie mit der Leiche grad anstellen! Nein! Fast nein! Jetzt hab ich Dreck eingesammelt! Was? Du hast Dirt eingesammelt? Ja! Ich bin auch Dirt! Ich bin auch Dirt! Ganz viel Dirt! Detective! Oh, you gonna call! Detective! Ich hab irgendwie mal das Bedürfnis, die Fenster hier so richtig schön säuberlich wegzumachen! Kann man die? Ich glaube nicht, dass man die zerlegen kann! Ne, ich mein die hier oben! Wieso? Die hier, aber weiter... Ah! Aua! Brand! Da hat gerade ne Insie Eile auf Nabo gewonnen! Wow! Ja, ich wurde auch mit... Verletzt! Ja, Coke ist auch mitverletzt! What the fuck! Da wirft man den Smoke, ne? Und irgendein Kopf hat sich natürlich abgelenkt! War's denn? Hallo, Coke! Hallo, Coke! Tippe mal, der DT hat grad was getrunken! Was? Ich hab die Pistole draußen, die soll ich was saufen! Gibt's ja auch normale... Alles klar, dann hat irgendjemand gesoffen grade! Äh... Vielleicht ja, weil... Was?! Was ist denn jetzt?! Was?! Nana... Was ist das grade? Sorry? Hallo Nana? Irgendwie kriegt Wanwa's heute aber ständig ab, oder? Ja... Wieso? Wieso ist Wanwa getötet worden? Der ist einfach tot umgefallen, glaub ich! Ich schie... Ich schie... Ich schieße in die Wand! Ich schieße in die Wand! Und Wanwa's Kopf ist keine... Äh... Keine Nanosekunde im Weg gewesen! Keine Spur in der Wand! Ja, Nana ist der Killer! Hm... Okay... Lass die Leiche einfach mal da liegen und lass alle gehen und damit der Traitor-Kollege... Alle auf die andere Seite! Was hast du da an der Hand? Po? Und bitte nicht auf irgendwelchen Spieler zielen! Also bleibt fair und lass den Traitor mal wiederbeleben! Yay, Heilung! Ich bin wieder healthy! Willst du ein Bild haben? Alter! Ich hab immer noch Rifle-Schüsse! Ich hab immer noch eine Trance, ne? Willst du das Bild haben? Irgendwie ist das hier... Die reine... Farmer-Kunde! Ich geb dir gleich die Kugel! Ich geb dir aber auch gleich die Kugel! Ich will auch nicht mehr Kugel geben! Darf ich die Kugel geben, Dieter? Wot the fuck? Hat jemand... Hat der Dieter gerade... Äh... Dingens benutzt? Was? Kamera? Nein! Nö! Kann der Traitor... Hat der Traitor-Kollege jetzt endlich das getan, wofür er da ist? Beziehungsweise... Kann ich die Waffe damit da rausziehen? Weil wir sind jetzt alle drüben! Wir sollten uns, äh... Verteilen und bloß von der Leiche weggehen, weil sonst wissen wir ja auch, wie der andere Traitor ist. Das ist ja auch doof! Ja, mir ist es Latte! Wenn ich da jetzt einen sehe, ist es egal! Vielen Dank! Oh, Kasmar, du könntest ne Waffe ausrüsten! Das ist vielleicht ein bisschen klüger! Ah, Wanda ist fair! Okay! Wanda lebt wieder, aber bitte, bitte gebt ihm ne Möglichkeit zurückzuschießen! So, ich finde... Jetzt, äh... Ist das Kaul schon mit... So... Jetzt war's fair! Wanda! Wanda! Was? Weil ich wohl hab's gesehen, wie sie ihn wiederbelebt hat! Was? Wow, gut! Ja, ich konnte es dir ja nicht sagen, dann wäre er voll unfair gewesen! Die sehen wir links! Ne, sehen wir links! Ne, sehen wir links! Was? Ja! Wann war... Ohne Witz, ne? Du rennst fast immer in meine... In meinen Schuss! Ja, das war auch echt, also... Ungrifchlich! Zum Glück bin ich nicht nachtragend! Nein, das war echt! Links und oben! Aber sie war links! Da würde man wirklich... Ohne Witz, da würde man einfach nur mal... Äh... Dumm in der Gegend rumschießen! Und was machst du? Rennst rein! Ja, aber das hatten wir auch schon auf genug... Na ja, aber dafür hatten wir jetzt trotzdem Fairplay in der Runde, ne? Wurde ja wiederbelebt... Nein, ich bin ja jetzt ja auch nicht, äh... Er wurde wiederbelebt, war zwar 20 Minuten später wieder tot, aber er wurde... Ey, ich hab ihm die zwei Leute mitgenommen! Er hat aber zwei hin! Ja! Mich unter anderem! Weil ich ja auch... Da brauchst du nur ne Chance, dass er schießen kann! Nicht einfach abknallen, weil er war ja konfirmt! Der tritt jetzt diese Scheiße! Naja, ist ja nicht so, dass er mich getötet hat, ne? Der trittet die AK! Wenn ihr nicht für die AK habt, der ist voll cool! Naja, dich hätte ich geopfert, Nana! Ja, danke! Der wird sich erschossen! Ja, aber ohne Witz, er rennt jede... Fast jedes Mal in meinen Schuss rein! Ich dachte mir auch einfach so, ja... Verobachten euch! Das zweite Mal... Hallo, wann war? Und... Ach, Mr. Co... Pechfolie, wann war, muss die Vogel... Äh... Nein, Papa! Muss die Vogel heißen! Noch! Muss die Feuerwehr heißen! Muss die Feuerwehr heißen! Was denn? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Nein, Coke, nein! Ich geh mal auf dem Kasten, Jungs! Ich geh! Man nannte ihn... Äh... 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 Wo? Man nannte ihn... Äh... One-Click... Äh... Was? Ja, die Insta, die war ich! Ich hab alles rausgeworfen! Nee, ich hab alles rausgeworfen! Nee, ich hab alles rausgeworfen! Aber was schießt du weg? Aber das Schöne ist ja dieses Plus auf der Karte! Warum schießt ihr auf die Wände? Aha! Weil wer muss da? Es ist Mr. Coke! Nabo hat ein M an die Wand gemacht! Ich muss jetzt was erzählen! Ich muss jetzt mal ganz kurz was erzählen! Nein! Ich hab Wanwa geschrieben! W-Wanwa? Bei Nana hat ne Insta geworfen eigentlich auf mich! Und Nana... Äh... Wanwa bekommst du die Insta natürlich ab! Ja, dafür ist ja das Schöne Plus auf der Karte halt, ne? Hallo, Nana! Wie geht's, Nana? Also wenn das aber ein W ist, ne? Dann, äh... Hallo, es sind die Alpen! Siehst du das nicht? Ah ja... Oh ja, stimmt, stimmt, stimmt! Ja! Das ist ein 1-zu-1-Appel! Was? Beamen! Wow, 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 wow! Alter! Alter! Oh ne... Alter! Direkt in der Mitte! Ich glaub, es sind jetzt alle... Ich glaub, es sind jetzt alle draufgegangen, so ziemlich! Ne, Reaper ist noch am Leben! Da furzt was! Hahaha! Jawoll! Alter! Tschau! Äh... Das war's mit dem... Ja, war nur viel mit deinem Bass, ja! Äh... Das... Das war's mit der Woche! Danke für's, dass du uns wiedersehen! Bis dann! Tschüss! Tschüss!